Großeinsatz für die Feuerwehren rund um Diemeltstadt. Auf dem Dachboden einer Scheune in Dehausen begann es am Mittwochnachmittag gegen 18 Uhr anzubrennen. Das Feuer breitete sich schlagartig aus und griff auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Auch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte dies nicht mehr verhindern. Die Scheune stand wie gemeldet im Feuerbrand. Das Feuer ist auf den Dachstuhl übergegriffen. Es ist uns leider nicht gelungen, den Brand frühzeitig einzudämmen. Glücklicherweise wurden bei dem Feuer keine Menschen verletzt. Im Stall befanden sich noch einige Tiere, die von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden konnten. Wie viele Tiere bei dem Brand ums Leben gekommen sind, war am Abend noch unklar. Dass eventuell spielende Kinder etwas mit dem Brand zu tun haben könnten, wollten die Ermittler noch nicht bestätigen. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.